hallo und herzlich willkommen zurück bei shazadi spiel star citizen ja wir sind wieder wie ihr seht auf po die 3.10 ist auch noch nicht da aber das war ja zu erwarten beziehungsweise man hat ja schon damit gerechnet dass die heute nicht mehr dass sie heute nicht dass die vom wochenende nicht mehr kommt so rum und heute ist ja auch independence day und ja in amerika geht es ja sowieso relativ heiß her zur zeit auch corona technisch und ja ich denke mal die haben da schon so alle ihr päckchen zu tragen in amerika von daher ihr seht ihr mal die neue glaubt ja schon gar nicht gezeigt die neue customised 325a die ist aber jetzt noch mit standard waffen und so was mal schauen ich habe jetzt mal eine investigation mission angenommen missing person inner starfahrer hoffen wir mal dass es funktioniert ich habe irgendwie selten glück mit diesen missionen aber wir gucken einfach mal entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht wir fliegen erst mal hin ich hoffe dass diesmal funktioniert ich glaube das ist schon die sechste aufnahme die ich jetzt mache sein irgendwas permanent nicht funktioniert schauen wir mal ob es jetzt funktioniert mehr fliegen erst mal richtung chelien und ab geht's jahuuu sieht schon wieder drehschick aus ne sieht schon schick aus wenn sie angestrahlt wird jetzt nicht mehr jetzt wieder ach ja stimmt wir hatten nur einen schatten kann schon mal passieren ab und zu hat man schon mal einen schatten ne so mich bitte auch wieder nicht ganz so voll nehmen wir haben samstagmorgen und ja was soll ich sagen ich glaube ich habe zu viel geschlafen ach ja wie kommen wir denn da jetzt am dümmsten hin wie kommen wir denn da jetzt am dümmsten hin äh wir müssen da hin ja ich glaube das wird schon wieder nichts wenn wir den schinken schon nicht auswählen können wir schauen einfach mal wir schauen einfach mal wir schauen einfach mal aber ich sehe schwarz jetzt gucken wir von der seite nochmal wir können es überhaupt nicht anwählen ne ich weiß nicht ob das jetzt sinn macht da händisch hinzufliegen aber wir können es überhaupt nicht anwählen ne bin ich mir irgendwie gerade nicht so gerade so bin ich gerade nicht so überzeugt von aber wir gucken mal dann würde ich sagen wir sehen uns gleich wieder ob da nur was ist oder nicht sagt uns dann das licht so da bin ich wieder ich habe jetzt einfach spaßeshalber mal unter den aufgaben geguckt da gab es noch eine missing crew aufgabe auch in der starfahrer jetzt habe ich die einfach mal angenommen und die ist die verfolgen wir jetzt gerade und die ist ungefähr 50 kilometer näher wie die andere starfahrer also ich bin jetzt mal gespannt was uns denn da so erwartet würde ich mal sagen warte ich mal kurz wir bleiben noch mal stehen so accepted da haben wir jetzt hier die crew member missing ja starfahrer und hier haben wir die missing person seht ihr die ist 7 kilometer weiter also gucken wir einfach mal wir gehen jetzt erstmal zu der hier gucken ob wir hier was gerissen kriegen ich meine wir kriegen ja schon geld für jede einzelne person die wir finden vielleicht finden wir ja bin oder was dann können wir immer noch mal die sechs kilometer weiter fliegen zu der anderen sechs kilometer sechstausend kilometer herrschaftszeiten ne sechs kilometer 60 i don't know das lässt mir jetzt keine ruhe moment ich muss gucken ich bin so accepted missing person track ein kilometer ok track ich glaube er passt zu fuß hin nein war spa ja habe ich jetzt missing person track ok wo 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 sollten wir jetzt das ist also doch anders selbe ich nja ich sag dazu jetzt erstmal nix nicht nicht habe ich an aber man sieht eh nischt so hier liegt die starfahrer ja wir positionieren uns vielleicht mal so dass wir möglichst nicht warum bin ich noch im spooling so power lassen wir mal an so uns das ein bisschen leuchten ja das war jetzt wieder ist sonderbar egal wir wir gucken einfach mal ob wen oder was wir hier finden sieben leute sollen wir finden gucken ich würde jetzt schon mal erstmal außen rum laufen weil oftmals ich habe noch nicht mal ich brauche mal einen ich brauche mal einen anderen helm ich habe nicht mal eine taschenlampe helmen ja das wirst du doch jetzt wohl oder fräulein war doch nur ein kurzer helmwechsel siehste hat doch super geklappt nun stelle ich mal nicht so an also man kann ja wohl mal 30 sekunden die luft anhalten ne hinten liegt auch noch ein teil na wenigstens regnet es nicht oder stürmt nicht hoppala wenn wir hier nochmal gucken hier ist nichts ich kann das teil gerade nicht achso doch ich kann das teil gerade nicht hier machen also hier liegt jetzt keiner rum hier haben wir noch ein teil ist ein tank treibstoff ich weiß dass hier hoch geht aber wir gehen jetzt erst mal auf der anderen seite ums schiff rum 16 grad außentemperatur also wir haben auch gerade noch die wohlfühltemperatur nicht auch keine die ist ganz schön verstreut hier noch also die hat es ganz schön jetzt ganz schön zerflattert wir bleiben erst mal bei dem großen teil er wollte sich nicht drucken so jetzt sind wir hinten im laderaum da liegt einer einen haben wir gefunden da sind wir reingekommen da hinten liegt nichts noch mal hoch wir gehen nur mal rum wir gehen noch nicht rein ich will noch hinten gucken wahrscheinlich bin ich schon wieder an zehn leuten vorbei gerannt auch draußen habe sie nicht gesehen würde mich nicht wundern hier liegt noch jemand moment hoch gehen wir gleich hier liegt noch jemand äh nein da wollen wir jetzt nicht raus hier kann man nicht rein ich mag diese atmosphäre hier nicht ich mag diese atmosphäre hier nicht da liegt noch jemand hat habe ich so kriege ich für den nur 800 und für den eben 2.500 du hast du Schäfer oder was was soll diese schreiterei da gehen wir gleich rein hier ging es auch wieder der schnelle weg nach unten hier liegt noch jemand hier liegt noch jemand das war der navigator das war glaube ich die andere mission ja für die haben jetzt 6.000 alles gut also haben wir beide missionen angenommen die für ein schiff gedacht waren das ist natürlich das beste was wir passieren konnten und in der mission sollten wir ihn auch finden das heißt wir haben jetzt für diese eine person 7.300 gehört jetzt gekriegt das war doch nicht schlecht so hier ist keiner mehr hier auch nicht den hatten wir schon Moment mal hier will ich noch hier will ich noch rein ah hier ist die scheinbar die black box die man dann auch noch finden soll den auftrag habe ich tatsächlich nicht gefunden ok dann haben wir jetzt 5 von 7 gefunden jetzt habe ich mich glaube ich komplett verlaufen hier ging es ja nicht mehr weiter dann müssen wir hier lang den hatten wir das war der eine andere aber gucken ist besser da gehen wir jetzt lang hier waren wir ne ja genau das ist der schnelle ausgang dann gehen wir mal wieder hier waren wir auch überall hier geht es nicht weiter okidoki hier geht es auch nicht weiter dann gehen wir wieder runter hm den hatten wir den hatten wir den hatten wir ja ich glaube dann haben wir in dem Schiffsteil müssen wir in dem Schiffsteil eigentlich alle gefunden haben ich gehe nur zur sicherheit nochmal rum hier waren wir eben schon ja die Starfahrer ist so ein kleines Labyrinth aber es ist eigentlich relativ logisch aufgebaut bei dem waren wir jetzt schon fünfmal ne ja ne jo dann die Ablochen ob wir mal hier rausgehen ich weiß nicht ob draußen noch die zwei liegen weil sehr oft liegen auch manche von den gesuchten personen dann hier außerhalb nah an den trümmern ok bei der starfahrer weiß ich jetzt nicht tatsächlich so oft mache ich diese mission nett obwohl die eigentlich ganz interessant sind da hinten sprudelt auch noch irgendwas da wollte ich eben nicht hinrennen aber da rennen wir jetzt mal hin da hinten ist nur ein triebwerk also hier waren wir ja eben drinnen war das das wort dann aber noch das andere teil zwei leute fehlen und wenn es jetzt so lange dauert dann brechen wir das ab da ist das zweite triebwerk sprudeln ist vielleicht kann man da auch rein man sollte auch nicht zu schnell rennen ich weiß nicht ob ich hier rein will aber drüben wieder raus ja nein ich hänge natürlich fest so ne hier liegt auch niemand weil die ist schon sehr weitläufig destroyed hier tatsächlich also auch nur tank das cockpit wo ist das cockpit angezeichen da oben waren wir hier waren aber wo ist das cockpit vielleicht wäre da noch jemand das ist natürlich jetzt auch wie immer schick nacht er ist noch hinten aber selbst wenn da einer drauf gewesen wäre den hätte gott weiß wohin geschleudert hier waren wir jetzt schon keine ahnung wie oft jedes mal wenn diese dinge hier liegen denke ich da liegt jemand ja dann sieht es wohl schlecht aus für die letzten zwei weil ich wüsste jetzt nicht wo ich noch nicht mal mich würde halt wie gesagt nur interessieren was cockpit ist das kann natürlich sein dass da noch so der ein oder andere drin war pilot-co-pilot werden ja theoretisch die zwei die noch fehlen oder wir steigen noch mal in die 325 und gucken ob wir mit ihr noch was finden mit auch noch neben ich habe noch mal kurz wenn ich gehen wir uns mit dem zufrieden was wir haben wir haben e 6000 mehr weil wir ja beide missionen angenommen hatten so steigen wir nochmal ein ups jetzt habe ich die power ausgeschaltet ich wollte mutter ansteigen sie sind wo das Cockpit ist. Das würde mich jetzt interessieren, tatsächlich. Wir waren bei dem. Wir waren bei dem. Ich kann diese Alerts nicht abstellen. Genau wie im Auto diese Einparkhilfen. Katastrophe. Das. Pock. Komm her. Komm her. Komm her rein. Das ist doch das Cockpit. Oder nicht? Nee. Doch. Moment. Wir gucken nochmal. Aber da waren wir doch eben auch, oder nicht? Nee, 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 nee. Nicht an. Hier ist doch das Cockpit. Ja, hier waren wir aber doch. Ja, hier waren wir aber doch. Das ist die Maschine. Bin ich jetzt ganz irre? Ich bin ganz irre. Schön wieder raus. Hast du schön wieder raus? Da hab ich so einmal eine Runde gedreht. Aber wo sollen die zwei sein? Ich hab's jetzt nicht gecheckt, tatsächlich, dass das das große Hauptteil war. Ja, dann würde ich sagen, wir geben die Suche auf. Wir haben aber über 10.000 dazu bekommen, tatsächlich, weil wir ja beide Missionen angenommen hatten. Und für den einen doppelt kassiert haben. Und, äh, ja, wenn ich an irgendeinem vorbeigerannt bin, sagt Bescheid. Ihr kennt das ja. Viele Augen sind wesentlich mehr als meine zwei. Aber ich wüsste jetzt sonst nicht, wo ich noch schauen soll. Näh, schade. Nun denn. Ja. Dafür kriegt man ja aber auch für jeden, den man findet, extra Geld. Das finde ich okay. Also blöd fände ich es jetzt, wenn man zum Beispiel nur Geld kriegt, wenn man alle sieben gefunden hätte. Weil ich schon ganz oft ein oder zwei nicht gefunden habe, leider. Naja. Dann würde ich sagen, wir warten trotzdem weiter auf die 3.10. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Schaut euch auch die anderen Videos auf meinem Kanal an. Wenn euch gefällt, was ihr seht, würde ich mich über ein Abo natürlich am meisten freuen. Beim Abonnieren, Glocke aktivieren, nicht vergessen. Und, ähm, wenn euch das Spiel interessiert, ihr es noch nicht kennt oder habt, könnt ihr euch gerne informieren auf der Seite robertspaceindustries.com. Und, ähm, ja, wenn ihr euch da registriert. Die Registrierung selbst ist vollkommen kostenlos. Und, wenn ihr bei der Registrierung da noch, ihr, ihr merkt, ich krieg, ich krieg, ich muss, ich muss noch suchen. Ähm, ja, wenn ihr bei der Registrierung meinen Referral-Code angebt, beides findet ihr in der Videobeschreibung. Sowohl den Link zur Seite als auch meinen Referral-Code, dann bekommt ihr ingame direkt 5000 Credits gut geschrieben, anstatt nur 1000. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal, ob in der PTU oder in der Live-Version, sehen wir ja dann. Bis dahin, einen schönen Sonntag euch noch, eure Shazadi, ciao, ciao.